Hallihallohdi und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Story Mode und wir sind jetzt kurz davor im Neta durch das nächste Portal zu stapfen und ich würde sagen Leute, nicht lang schnacken, rein ins Portalemengen. Den, 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 den. Wo führt es uns hin? Oh, oh, Zombie. Zieh dein Schwert, du Lümmel. Jetzt gibt's Dresche. Bumm, und noch einen, komm her. Kaputtgehauen. Axel? Oh, da war ein Zombie. Oh, ist es tot? Ich meine, du weißt, tot, tot, tot? Ja. Wo sind wir? In der Schmuck, in der Mitte des Nichts. Vielleicht sollten wir uns nach dem Nacht schnacken. Es ist gefährlich, wenn es so schmuck ist. Ich dachte, wir sind nach einem Tempel. Wir schauen für ein großartiges Gebäude. Es sollte ziemlich offensichtlich sein. Ivor hat gesagt... Nein, Ivor hat gesagt... Axel, hör auf damit. Er muss hier irgendwo sein. Hier draußen sind wir angreifbar. Hier draußen sind wir angreifbar. Ja, right now. Lass uns eine Hütte bauen, lass uns bauen. Lieber, lieber schnell eine Hütte. Schnell, quick and dirty, weil sonst greifen die uns an. Auf geht's! Wir bauen eine kleine Hütte, die doch relativ groß wird. Wir haben eine Hütte gebaut. Ja, ja! Oh, Mann! Was? Ich werde dir etwas sagen. Du musst nicht aufzuhören. Was ist das? Und was ist mit Lukas? Keks geben. Lukas ist cool. Keks geben, Lukas. Nein, nein, ich... ich kann das nicht machen. Ich versuchte. Danke, Jesse. Das war für dich, Jesse, nicht für ihn. Das war für dich. Das war für dich. 100 Chicken-Size-Zombie oder 10 Zombie-Size-Chicken. Keine Witz mehr. Möchner würde das gefallen. Immer positiv denken. Immer positiv denken, Leute. Auf jeden Fall. Wer hat dir denn das Kommando gegeben? Wir entscheiden uns morgen früh. Wir entscheiden uns morgen früh. Oh-oh. Beruhigen wir uns mal. Beruhigen wir uns mal. Du bleibst bei uns. Die werden sich schon wieder einkriegen, da bin ich mir sicher. Ja. Das würde ich kämpfen. Warum ist das? Weil ich sterbe. Dankeschön für mich, Jesse. Ja. Der nächste Morgen! Ja! Ach, Axel. Reiß ich was zusammen jetzt. Alles in Ordnung. Die ganze Sache tut mir leid. Axel wird drüber hinwegkommen. Axel wird drüber hinwegkommen. Aber trotzdem. Wie es alles ging, war nicht cool. Gib es Zeit. Komm her. Danke, Jesse. Hey! Da ist etwas drüber hinweg. Was ist das? Ich denke, es ist ein bisschen ein Gebäude. Ich glaube, wir sehen uns einen näheren Blick. Sehen wir uns das mal genauer an. Ja! So. Hier müssen wir jetzt hochklettern. Was ist das? Klong klong klong. Klong klong. Hochgeklettert. Worauf warten wir noch? Wir sollten vorsichtig sein. Das muss es sein. Das muss es sein. Und wir sind der Orden des Schweins. Oh. 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 Kann ich das Schwert nehmen? Kann ich es nehmen? Nein. Oh. 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 Ruben! Das sind doch Fallen, oh uho. Fallen! Das ist wahrscheinlich nicht eine gute Sache. Aber ich wurde schon wieder getroffen. Wir müssen da durchstratzen, Leute. Es gibt ein Künstler, vielleicht können wir etwas benötig machen. Aus was? Wir haben nichts. Alle unsere Werkzeuge und Materialien sind nach Hause. Okay, alle, öffnen Sie Ihre Pocken. Mal sehen, was wir mit uns arbeiten können. Ich habe ein paar Sticks lefte von der Begründung der Nacht. Ich habe ein Flint und ein Stück von String. All ich habe sind ein Stückchen, die ich nachdem, nach dem Maschine explodiert. Mal sehen, ich habe ein Flint und Steele, ein Spiegel. Oh, und ein String von einem Spiegel, den ich in der Waldbrüche habe. Oh, oh, damit kann man doch was basteln. String, Sticks, Flint und Feil. Ja! Damit basteln wir was. So, wir können uns nämlich Rezepte angucken. Da steht jetzt, klicke zum Auswählen auf einen Crafting Gegenstand. Durch erneutes klicken, legst du ihn auf den Tisch. Wir gucken mal, Rezepte. Bogen können wir mal bauen. Pfeil. Wir bauen also einen Bogen und einen Pfeil. Pfeil ist ein Flint, ein Stick und eine Feder. Flint. Plup. Stick. Plup. Und eine Feder. Plup. Jetzt haben wir einen Pfeil. Und jetzt machen wir den Bogen. Das sind nämlich drei Sticks und drei Seile. Ja! Da ist der Bogen! So, jetzt müssen wir das Ding nur noch treffen. Geschafft! Ja! Ja! Der Orden des Schweins! Yes! This must be their Enchantment room. Das sieht in der Tat aus, wie bei Ivor unten im Keller. So, wir reden mal mit Lukas. Find anything useful? Not sure about useful, but definitely interesting. There is a lot of history in this room. Sehr viel Geschichte steckt in diesem Raum, sagt Lukas. Jetzt haben wir hier, ein Buch. Das ist ein Buch. Ja! Das war. Das war. Five members, five friends, together would give so much to gain their rightful place, as five heroes, they would author their own end, they would slay a dragon. Ivor was a member of the Order of the Stone? Ivor, der Lümmel. Ivor, das erklärt einiges. Das erklärt einiges. Ivor hat such a grudge against Gabriel. They lied to us. They lied to the whole world. Why would they do this? Man, I can't believe you punched a member of the Order of the Stone. This is so crazy. The Order might not be what we thought they were, but Petra is still out there. That monster is still out there. Jesse's right. We need to focus on what we came here to do. Where do these stairs go? Tja, vielleicht sollten wir mal nach oben gehen. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. We need to find out. Now this is cool. Wow. What happened to the walls? More like what happened to this whole place. This must have been where they met. So, where are they then? Gabriel said that once we find the temple, the amulet would lead us to the Order of the Stone. Well, what are you waiting for? Pull it out then. Is something supposed to happen? Is something supposed to happen? Well, that was a lockdown. There's got to be something we're missing. Look around and see if you can find anything. Okay. Ich würde sagen, wir machen uns auf die Suche. Aber genau das dann in der nächsten Folge. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Leute, ich hoffe, das Spiel packt euch immer noch genauso sehr wie mich. Ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Lasst dem Daumen gerne ein Video da. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ich sage, ciao die Maut. Tschüss Leute, bis zum nächsten Video. Tschau.